As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Manche fragen, Laylat al-Qadr, die Nacht der Bestimmung, kann sie nur in einer Nacht sein von ungerader Anzahl? Die Antwort lautet, Laylat al-Qadr kann auch in einer Nacht sein von gerader Anzahl. Denn der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat gesagt, er sucht sie in den letzten zehn Nächten von Ramadan. Und was ist dann mit der Überlieferung, in der er sagte, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, er sucht sie in den Nächten ungerader Anzahl? Die Antwort lautet, das eine widerspricht dem anderen nicht. Denn Laylat al-Qadr ist nach einigen Gelehrten nicht jedes Jahr zur selben Zeit. Deswegen kann es sein, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam das eine in einem Jahr gesagt hat und das andere in einem anderen Jahr gesagt hat. Aber es gibt auch eine andere Überlieferung in Sahih al-Bukhari und anderswo, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat, il tamisou Laylat al-Qadr fil aschar al-awakhir fi tahsi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamesatin tabqa. Das heißt, dengemäß übersetzt, er sucht die Laylat al-Qadr in den letzten zehn Nächten von Ramadan, wenn noch neun Nächte übrig sind. Wenn noch sieben Nächte übrig sind, wenn noch fünf Nächte übrig sind. Um das zu verstehen, stellt euch vor, es ist noch eine Nacht übrig von Ramadan, dann könnte es ja die dreißigste sein. Und diese ist von gerader Anzahl. Und wenn noch drei übrig sind, dann ist es die achtundzwanzigste Nacht von Ramadan. Und wenn noch fünf Nächte übrig sind, dann ist es die sechundzwanzigste Nacht von Ramadan. Und so weiter und so fort. Deswegen kann Ramadan sehr wohl in einer geraden als auch in einer ungeraden Nacht sein. Wallahu alaikum.